Das Deathload war voller Narben, als ich es bekam. Wer immer es vor uns hatte, was haben die Besitzer erreicht? Ein paar kleine Morde, Rache, nichts Weltbewegnis. Wir könnten sehr viel mehr tun, als nur ein paar Rechnungen zu begleichen. Wer ist mit dem hier? Ich will nicht, dass die Leute sagen, sie hätten Angst. Was sollen sie dann sagen? Ich will, dass sie Danke sagen. Sieh dir diese Menschen an. Das sind alles Schafe. Nein, sind sie nicht. Es sind Menschen, die jemanden suchen, der sie nicht im Stich lässt, so wie die Cops oder Politiker. Und da eilst du zu Hilfe? Hier geht's nicht um mich, auch nicht um uns. Was sie wollen, ist ein Gott. Und den sollen sie bekommen. Geben wir ihnen einen Gott. Wir geben ihnen einen Namen, verstehst du? Ein Gott, der niemanden im Stich lässt. Der nicht nur ein paar Fälle löst, sondern der das Verbrechen abschafft. Ein Gott, der die bösen Jungs vor Angst zittern lässt, bis sie nicht mehr böse sein wollen. Der die Hoffnung verbreitet, dass sich die Dinge wirklich ändern werden. Kira. Kira? Wofür steht das? Es bedeutet Licht auf Russisch und Keltisch. Aber hast du keine Angst, dass sie durch den Namen auf dich kommen? Nein, wie denn? Außerdem bedeutet er sowas wie Mörder im Japanischen. Sie werden ihn also auf dem falschen Kontinent suchen. Ich mag mich. Sie werden ihn also auf dich kam.